Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Hallo Herr Frahm, durch meine Erziehung habe auch ich leider allzu viele negative Glaubenssätze mit auf den Weg bekommen, welche ich nun Schritt für Schritt ablegen werde. Trotz der Dinge, die ich durch Hörbücher bereits gelernt habe, fehlt es mir in meinem Leben an einer klaren Struktur und an einem Selbstbild, mit dem ich mich identifizieren kann. Dazu habe ich mir überlegt, mir bedeutende Persönlichkeiten, welche sich durch ihr Lebenswerk, ihre Ausstrahlung oder ihre Willenskraft auszeichnen, zum Vorbild zu nehmen und mir mental diese Eigenschaften zu verinnerlichen. Jedoch finde ich keine perfekte Person oder Vorbild und des Weiteren möchte ich immer noch mein innerstes Selbst bewahren. Wie schaffe ich das? Ich hoffe, Sie können mir helfen. Vielleicht gehe ich auch zu eindimensional an die Sache heran und sollte das Problem von einer anderen Perspektive aus versuchen zu lösen. Ja, vielen Dank für diese Mail. Sie gehen es ganz genau richtig an, denn genau so lernen wir als Kinder auch. Wir kommen ja nicht selbst auf die Ideen. Unser Charakter ist eine Zusammensetzung von modelliertem Verhalten, was wir von den Eltern übernommen haben, was wir da gelernt haben, was wir bei unserem Umfeld gelernt haben. Das heißt, unsere eigene Persönlichkeit, alle Menschen sagen mir, ja, ich bin aber so und so, das ist im Grunde genommen Blödsinn. Wir sind aus tausenden Persönlichkeitsanteilen zusammengesetzt und das bilden wir uns dann ein, das ist unser Charakter sozusagen. Ja, das sind tausende Sachen, die wir irgendwo gelernt haben und halt viel aus Filmen zum Beispiel auch und auch viel Negatives natürlich, gerade aus unserem Umfeld, denn auch unser Umfeld ist ja größtenteils nicht erleuchtet und super drauf und hey, das Leben ist immer nur fantastisch, sondern die haben ja auch ein Problem am anderen häufig, ja, und das übernehmen wir dann eben auch und auch die Verhaltensweisen, die in unserer Gesellschaft, in unserer Matrix, wie ich immer sage, zu den ganzen Problemen führen. Und deshalb machen Sie es ganz genau richtig, wenn Sie sich sagen, okay, ich suche mir jetzt irgendeine Person, die ich faszinierend finde. Also Sie haben mir, das habe ich nicht vorgelesen, in Ihrer Mail noch Jürgen Klopp erwähnt, dass der für Sie ein positives Vorbild ist. Sie machen es ganz genau richtig. Gucken Sie sich den an, gucken Sie sich Interviews von dem an und picken Sie sich genau die Qualität raus, die Sie an ihm faszinierend finden. Denn, wie gesagt, so lernen wir, so lernen Kinder, aber im Erwachsenenalter ist es unauthentisch, da ist es nicht mehr okay, das kriegen wir immer erzählt, diesen Quatsch. Aber genau so lernen wir natürlich, ja. Was Sie noch geschrieben haben, Sie wollen Ihr inneres Selbstbild dabei nicht verlieren oder sowas. Das geht, indem Sie sagen, okay, ich gucke mir jetzt diesen Jürgen Klopp an, was weiß ich, wen Sie gut finden. Und Sie sagen, okay, welche Qualität gucke ich mir denn jetzt von ihm genau an? Das heißt, wenn Sie sich auf seine, ich nehme mal an, es ist seine Lockerheit, ich habe ein paar Interviews von dem gesehen, der ist unheimlich locker, macht Witze, redet normal, ja, ist einfach normal, redet nicht so ein Kauderwelsch daher, meiner Meinung nach. Nehmen wir einfach mal diesen Punkt Lockerheit, ja, und dann sagen Sie sich nicht, okay, ich will Jürgen Klopp sein, ich will genau wie Jürgen Klopp sein, sondern Sie sagen sich, okay, ich gucke mir das Video jetzt an und fokussieren sich genau auf diese Eigenschaft, die Sie haben wollen. Und das können Sie mit Bekannten machen, mit Kumpels machen, mit Vorgesetzten, mit Kollegen, ja, und das können Sie sogar auch mit Filmfiguren machen. Ich habe das lange Zeit mit Chili Palmer gemacht, das ist die Rolle von John Travolta in dem Film Get Shorty oder Schnappt Shorty auf Deutsch. Und da habe ich speziell das Thema Lockerheit genommen, denn gucken Sie sich den Film an, da gibt es fast keine Szene, in denen der nicht unheimlich locker ist und was er noch hat, ist so eine unheimliche Klarheit in den Aussagen. Das hat mir immer gefallen, wenn einer wirklich was, ähm, genau so sagt, wie er es auch meint. Ja, wenn er das, was er denkt, genau auf den Punkt bringen kann und kein Geschiss drum macht, sondern es einfach so, wie es ist, raushaut. Ja, das hat mir unheimlich gut gefallen und das können Sie für Ihr eigenes Leben übernehmen und natürlich auf sich, auf Ihre Art runterbrechen. Ja, das heißt, Sie nehmen nicht den, den, ja, Sie rennen nicht rum und sagen, Sie werden Jürgen Klopp oder lassen sich den gleichen Bart wachsen oder diesen ganzen Blödsinn, sondern Sie nehmen sich wirklich nur diese eigene, äh, diese eine Eigenschaft raus und das klappt absolut fantastisch. Also, wenn Sie wollen, lesen Sie Biografien von faszinierenden Persönlichkeiten oder von erfolgreichen Menschen, gucken mal YouTube-Videos von faszinierenden Persönlichkeiten oder lockeren Leuten, ähm, oder erfolgreichen Leuten oder gucken Sie Filme und nehmen Sie sich aber bei Filmen, ganz wichtig, nur die positiven Eigenschaften raus, denn 99 von 100, äh, Filmen basieren auf Drama, das heißt irgendwann spätestens im dritten Akt passiert irgendwas, warum jetzt unbedingt Drama gemacht werden muss, ja, das Riesenproblem, ja, sonst würden die Leute, ja, wenn es, wenn es immer nur gut laufen würde, würden die Leute das nicht gucken, weil wir unser Drama brauchen, sogar in Filmen, in unserer Unterhaltungsindustrie. Deshalb nehmen Sie sich nicht das Verhalten mit, was zu diesem Drama im Film führt, sondern nur diesen, diesen Teilaspekt, der super positiv ist, der locker ist, der erfolgreich ist, der schlagfertig ist und so weiter und so weiter. Und natürlich, das sollte klar sein, versuchen Sie es nicht nachzuäffen oder eins zu eins nachzumachen oder wortwörtlich auswendig zu lernen und dann nachzusprechen, das geht natürlich in die Hose, sondern brechen Sie es auf sich runter und übernehmen Sie mehr die Einstellung dahinter, diese, ja, wie ist der denn generell, so was, was denkt der denn wohl über sich, was denkt der über das Leben, was denkt der über Frauen oder wenn es eine Frau ist, was denkt sie über Männer und über sich als Frau, mehr diese Einstellung übernehmen und diese generelle Haltung dem Leben und den, ja, den Gegebenheiten gegenüber, als konkrete Sätze wirklich.